Dann sage ich jetzt mal hallo um 16.15 Uhr. Wir sind jetzt auf dem Pragsattel und vor uns steht der Bunker und wir haben 20 Grad. So, dann fahren wir mal eine kleine Runde über den Killesberg und sagen hallo beim Killesberg Baby von den Fantas. Hier vorne sehen wir Wohngebäude, wo früher die Messe war. Also all diese Gebäude hier rechts und links Wir waren früher mal gar nicht da, sondern da waren Messehallen. Ich muss sagen, ich war schon lange nicht mehr hier, weil die Häuser sind schon alle tipptopp fertig gebaut. Ja und als ich das letzte Mal hier war, da war noch Messe und jetzt ist hier alles ganz anders. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob es da lang geht, wo ich hin will. Weil ich das nicht weiß, darf ich jetzt einfach mal um. So, links kann man, wenn man direkt dahinter steht, das Panorama für Stuttgart anschauen. Ah, hier so ein bisschen. So, da haben wir ein bisschen das Panorama, genau. Da gleich warten wir nach der Bushaltestelle. Ah, nee, kommt das noch? Da vorne. So in China, Japan, Garten, eine öffentliche Einrichtung. Kann man sich auch mal anschauen, ja, links. Okay, das war's schon. So, jetzt sind wir schon wieder in der Innenstadt. Hi, Saiyuchi. Ja, und da hinten ist neulich irgendwie ein LKW gegen eines dieser Abwasserrohre gefahren. Und ja, da war die Gegend eingesaut. Und man war ganz erschrocken, oh Gott, oh Gott, das Wasser, was da rauskommt, ist Rostfarben. Ja, warum wohl? Einfach, weil die Geroren vielleicht rosten? Ja, also, es wurde halt so getan, als ob das Wasser hier sonst wie die Gerore zu fressen, naja, aber. Und unter entsprechender Umständen ist es einfach so gut. So, jetzt mal in der Stadtbücherei. Nachtterrasse. Auf der Nachtterrasse. Türe öffnet abwärts. So, jetzt mal in der Stadtbücherei. Untertitelung des ZDF, 2020